Endlich! Zwei bis fünf Tage frei. Jetzt mit kurzurlaub.de Konferenz vor unserem letzten Punktspiel in diesem Jahr im Sonnabend. Der FC Energie Cottbus zu Gast, Anstoß um 14 Uhr. Die Stadionkasse eröffnet bereits um 11.45 Uhr, das Stadion um 12.15 Uhr und wir rechnen mit 16.000 bis 18.000 Zuschauern. Herzlich begrüßen darf ich natürlich wie immer unseren Cheftrainer Pavel Dotschev. Pavel, wie sieht es aus für Sonnabend, vor allem personell? Alle Mann an Bord oder gab es noch Ausfälle? Ja, auch von mir auch. Hallo erstmal. Herzlich willkommen. Also was das betrifft die Personalen, ist es ja so, dass der Nico Rible momentan der Einzige ist mit großen Fragenzeichen. Ansonsten, die Mannschaft ist ja auch sogar mit Phil Ofuso fast komplett. Ob das jetzt reicht für Phil Ofuso, jetzt für Startelf mit Sicherheit nicht, aber ob das jetzt auf der Bank sitzt, das habe ich noch nicht mit ihm besprochen. Muss ich gucken, wie er sich fühlt, aber der hat schon zwei Tage voll trainiert mit der Mannschaft. Ja, Villersafe ist auch jetzt voll dabei. Also einziger Spieler, wie ich schon erwähnt habe, ist ja Nico Rible, der morgen nochmal testen will und dann wissen wir mehr. Ansonsten sind alle Leute dabei. Also das ist das, was die Personalen betrifft. Ansonsten letztes Spiel dieses Jahr, Kalenderjahr hier zu Hause. Ich denke schon, dass uns auch bewusst ist, was wir gut gemacht haben und was wir nicht gut gemacht haben. Ich denke, dass auch dieses Spiel gegen Cottbus ist ja für uns auch wieder eine neue Chance, wieder Erfolgserlebnis zu haben, positiv dieses Jahr zu beenden, sauber uns zu verabschieden von den Fans, auch danach verdienten Urlaub zu fahren und dann die Rückrunde nochmal nachzulegen. Also das sehe ich als eine Riesenschance für uns. Ich weiß, dass die Mannschaft von Cottbus letzte Zeit auch nicht immer gewohnt hat. Seit fünf Spielen sind sie ohne Sieg. Aber wir wissen schon, dass Hinspiel, dass wir unsere Probleme hatten gegen sie mit dem schnellen Mamba vorne, der immer wieder auf Konter ausgerichtet ist und kompakte Defensive. Sie haben auch ihr System ein bisschen verändert letzte Zeit. Sie spielen jetzt mit Fünferkette hinten und wie ich schon sagte, mit schneller Überbrückung nach vorne. Also von daher, wir müssen eine sehr gute Mischung haben zwischen Defensive und Offensive. Wir müssen schon druckvoller spielen. Wir wollen schon offensiv spielen, aber nicht unsere Defensive zu vernachlässigen. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad für uns. Aber ich persönlich bin absolut sicher, dass die Jungs jetzt wissen, um was geht und wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Und dass wir am Samstag alles reinhauen werden, um auch das Spiel zu gewinnen. Und wie ich schon sagte, ich sehe, dass das neue Anfang für uns, das neue Chance, neuer Anfang zu sein, in der richtigen Richtung wieder auf Kurs zu kommen, wie man das so den Journalisten auch sehr gerne sagen. Also das kann ich auch nicht anschließen. Und das ist der Plan für uns. Die Woche bis jetzt ist sehr gut verlaufen. Wir werden auch morgen trainieren. Und dann am Samstag sind wir topfit für das Spiel. Und wie ich das auch schon gehört habe und weiß, dass sehr viele Zuschauer kommen werden. Also was will man mehr? Also das sind Topbedingungen, Topvoraussetzungen für ein sehr gutes Spiel. Und ich hoffe, dass wir auch am Ende doch den Bock umgestoßen haben und auch das Spiel für uns entschieden haben. Dankeschön. Dankeschön, Pavel. Eure Fragen an unseren Cheftrainer. Luisa ist mit dem Mikro da. Jan Dettügerheit, NDR 1 Radio MV. Sie spielen ja jetzt schon das zweite Mal in dieser Saison gegen Cottbus. Gibt es da noch was gerade zu rücken aus dem Hinspielen? Nein, das ist das, was ich gesagt habe. Das hat uns kalt erwischt damals. Und wir haben leider sehr schlecht angefangen. Nach 15 Minuten, durch zwei gravierende Fehler von uns, haben wir schon diesen Rückschlag bekommen. Und danach war natürlich das Spiel für uns verdammt schwer, weil wir wirklich das Spiel treiben mussten. Wie ich das jetzt in Erinnerung habe, das war so eine Hitze. Und die mussten nicht so viel investieren. Immer wieder gefährlich ausgekontert. Und das darf jetzt nicht sein. Also das darf jetzt nicht passieren. Noch mal so eine Sache, dass wir auch zu früh auch negative Erlebnisse haben. Und dann wieder mit den Brechstangen Fußball zu spielen, das muss nicht so sein. Das Beste ist natürlich, selber in Führung zu gehen. Das ist uns letzte Spiele gar nicht so gelungen. Das ist auch vielleicht ein Grund, warum wir so wenig gepunktet haben. Weil wir fast selten oder so gut wie gar nichts in Führung gegangen sind, letzte Spiele. Wir machen zu wenig Tore momentan. Das ist auch so eine Sache. Und das wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit für uns, in Führung zu gehen. Und dann vielleicht auch nachzulegen. Das wäre natürlich ein super Plan für mich als Trainer. Aber es ist kein Wünschkonzert alles. Also so gesehen, vom Hinspiel habe ich schon einige negative Erinnerungen. Aber jedes Spiel, wie gesagt, muss man abhacken und nach vorne schauen. Das tun wir auch. Und wie ich schon sagte, die haben jetzt auch ihr System auch ein bisschen verändert. Seit Fabian Holthaus da ist, die spielen mit Fünferkette oft. Und deswegen denke ich mir, das wird ein ganz anderes Spiel für uns sein. Sie haben gerade das Hinspiel erwähnt und negative Erinnerungen. Negative Erinnerungen haben wir jetzt auch in den vergangenen Wochen gehabt. Vor allem auch das Spiel jetzt hier zu Hause gegen Aalen. Ist das vielleicht auch für die Mannschaft die Chance, die Erinnerungen bei den Fans ein bisschen zu verbessern und aus dem Jahr positiv rauszugehen? Sehe ich das auch so. Also sehe ich das auch so. Das, weil wir letzte Zeit tatsächlich so ein bisschen geschwächelt haben. Wenn ich das jetzt so sage, vielleicht ist es ja auch nicht so ganz richtig. Aber ich sage es trotzdem. Ich denke, dass die Spiele, die wir vorher nicht genannt haben, Jürgen, Lotte zum Teil, Osnabrück, dass die Leistung schon sehr, sehr ordentlich war. Das Spiel gegen Aalen war tatsächlich schlecht von uns, auch von Leistung her. Und das war vielleicht das einzige Spiel, wo ich die Mannschaft diese Vorwürfe mache, und dass wir zu wenig investiert haben. Vor allem bis zum Gegentor. Danach auf einmal ist die Mannschaft wach geworden. Und ich sehe das auch so, wie ich das schon gesagt habe, dass dieses Spiel jetzt gegen Cottbus, nicht weil Cottbus ist und wir jetzt eine leichte Aufgabe haben. Aber ich sehe jedes Spiel für uns als eine Chance. Und jetzt Cottbus ist unsere nächste Gegend. Und deswegen sehe ich das als wieder eine Chance, auch diesen positiven Trend wiederzubekommen. Und auch sauber uns zu verabschieden, mit positiven Emotionen auch in so hochverdienten Urlaub zu fahren. Adrian Witwer von der BILD-Zeitung. Haben Sie unter der Woche noch mal irgendwas speziell unternommen, auf die Mannschaft eingewirkt, irgendwelche Ansprachen in der Kabine gemacht, damit sich so eine Leistung wie jetzt gegen Aalen nicht wiederholt? Ich habe Anfang der Woche mit der Mannschaft einmal bis jetzt gesprochen und das war es eigentlich. Also ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht, irgendwie so Kletterpark oder Teambildung oder irgendwas. Weil ich denke, dass momentan das wird absoluten Aktionismus alles und das würde bei den Spielern nicht ankommen. Also wir haben ganz klar Ansprache gehalten am Montag, Montag war das. Und danach nur mal trainiert. Wir werden auch morgen ganz normal auch ein bisschen auf den Gegner uns auch mal einstellen mit Video, mit kurzen Besprechungen, was auch taktisch wir spielen wollen. Und das ist alles. Jan. Sie hatten ja nach dem Ahlenspiel gesagt, dass die Mannschaft auf Sie verunsichert gewirkt hat. Wie groß ist jetzt die Gefahr im Hinblick auf das Cottbus-Spiel, dass der Wunsch jetzt irgendwie einfach erstmal nur in die Winterpause zu kommen, dann sich doch auch im Spiel bemerkbar macht? Weil ich glaube, dass die das schaffen werden. Ich vertraue der Mannschaft das. Weil ich denke schon, dass die ganz genau wissen, wie gesagt, das sind schon sehr intelligente Jungs, die haben sehr fein Gespür dafür. Und die wissen ganz genau, was gut ist und was schlecht ist. Und die wissen, dass wir, wir wissen alle, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Und ich glaube, dass die jetzt Reaktion zeigen werden. Sven. Ich möchte mich der Frage gleich mal anschließen. Nun gab es noch einige Spieler, die sehr verunsichert waren auf dem Platz. Mirnais Perpic beispielsweise mit dem Fehler. Ist es da besser, ihn vielleicht auch erstmal rauszunehmen oder vielleicht gleich wieder zu bringen, damit er auch zeigen kann, dass es anders geht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe das auch unmittelbar nach diesem Fehler, musste ich taktisch nachlegen mit dem offensiven Mann. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe das gleiche Problem gehabt. Weil ich habe gesagt, wenn ich ihn jetzt rausnehme, dann mache ich ihn als Sündenbock da. Dann nehme ich ihn raus, Fehler, und zehn Minuten später bringe ich Stürmer und nehme ich Pepic raus. Aber das ist nicht so. Das sind Sachen, die ich handeln muss. Und deswegen sage ich auch jetzt für Samstag, habe ich auch ähnliche Situationen. Wenn ich ihn nicht spiele, dann würde er abgestempelt. Aber ich bin ein Trainer, der weiß, wie Fußball funktioniert. Ich möchte niemanden auch abstempen und sagen, du bist dran schuld. Und wenn Pepic am Wochenende nicht spielt, von Beginn an, das heißt nicht, dass er schuldig ist, dass wir verloren haben. Und Pepic hat uns vielen Spielern sehr viel geholfen und hat auch immer unter Beträgen immer Lösungen gefunden. Dieses Mal hat das, ja, es hat nicht geklappt. Und im Fußball passieren Fehler. Wie oft passieren auch in der Bundesliga Fehler und was für welche. Und das ist ja, so ist das Fußball, so funktioniert auch dieses Spiel. Und deswegen sage ich nochmal, die Überlegung ist da, vielleicht Pepic auch mal rauszunehmen. Aber nicht, weil er diese Fehler gemacht hat. Einfach so defensiv, kämpferisch, läuferisch vielleicht andere Mannschaft auf dem Platz zu haben. Alle Biver von Radio Loren. Nun ist es jetzt Zeit, so eine halbe Saison Revue passieren zu lassen. Gestern kam die erste Statistik raus mit den gelben Karten. Hansa ist das zahmste, das faireste Team mit den wenigsten gelben Karten. Und ist das für Sie eigentlich eine Erfolgsmeldung oder sagen Sie, da müssen wir daran arbeiten, dass wir aggressiver, böser werden? Ja, wenn ich jetzt sage, dass ich mich nicht darüber freue, dass wir so fair sind und dass wir auch richtig professionell uns verhalten auf dem Platz. Das freut mich natürlich sehr, aber von der anderen Seite, was mich auch noch mehr gefreut hätte, ist, wenn ich mal sieben, acht Punkte mehr gehabt hätte. Und das hängt irgendwie so zusammen. Die Karten sind vielleicht genau der Grund, warum wir nicht diese Punkte haben. Also da habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle. Also ich freue mich schon sehr, weil das spricht für die Mannschaft, auch ein bisschen für die Charakteren unserer Spieler. Also das ist auch schon manchmal genau das, was wir schon lange Zeit darüber reden, ein bisschen naiv, zu lieb in bestimmten Situationen. Wenn ich sehr jüdige, was die für taktische Faust ein Spiel auf den Platz bringen, der Öztürk, glaube ich, heißt der, ein Mittelfeldspieler, der hat schon zehn gelbe Karten. Meine Mannschaft, komplette Mannschaft, hat nicht so viel. Also ich sage es nochmal, gemischte Gefühle. Ich freue mich schon, aber von der anderen Seite, ein paar Punkte hätten mir mehr auf dem Konto, hätten mir mehr Freude bereitet. Alle Fragen beantwortet? Nein. Eine Weihnachtsfrage, wir kommen hier rein, sehen den Weihnachtsbaum mit blauen Kugeln. Hat Ihr Weihnachtsbaum traditionell rote oder blaue Kugeln zu Hause? Ich weiß es noch, ich war noch nicht zu Hause, ich muss jetzt gucken, wenn ich zu Hause bin, was wir haben. Aber ich weiß, dass wir so ganz kleinen Tannenbaum haben zu Hause und symbolisch, weil meine Kinder schon ziemlich erwachsen sind. Aber unsere Weihnachtsfeier, es ist auch sehr traditionell, wird auch groß gefeiert, wie hier in Deutschland. Der einzige Unterschied ist, dass wir keinen Trutan essen, sondern an dem Tag verzichten wir vom Fleisch. Generell, vom Fleischprodukt und so. Da muss man fasten an dem Tag, um sich zu opfern. So zu sagen. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann vielen Dank und bis Sonnabend im Osterstadion. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Gut, dann habe ich das auch geklärt. Vielen Dank.